Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. Okay, wir sind mal wieder fälschlich, mehr oder weniger, verurteilt worden. Das ist nicht richtig. Ja, aber es ging nicht getötet. So was könnte ich niemals tun. Das ergibt keinen Sinn. Der Dünne Blut ist nicht zu streuen, ohne Kontrolle. Macht ist nichts, aber Peril. Aber ich bin sicher, dass du das überlebriertest. Ein größeres Destin ist dir. Okay. All that I truly require is your presence. Curious, your mind is not so open to me as it once was. You resist my will. Your power grows, child of Baal. Awake! Tell me, what did you see? Despite my efforts, you remember. Impressive. The way it will come, maybe not today or tomorrow, but soon. Of that I have no doubt. You will escape this place. We will meet again. Fear that meeting, child of Baal. We have so far to go together. Ja, ich habe es hier nicht getötet. Das stimmt tatsächlich. So, ja. Ein Weg finden, hier rauszukommen. Ich habe es hier nicht getötet. Wie geht es dir? Ich weiß jetzt, wer es hier getötet hat. Ich kenne weder seinen Namen noch habe ich Beweise für seinen Verbrecher. Ihr müsst ihn jedoch trotzdem finden, damit euch Gerechtigkeit zuteil wird. Ja. 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 The darkness within you left Baldur's Gate as quietly as possible. A guard will escort you out of the city. This is a poor reward for all you have done for us, I know. But it is the best we are allowed. Go someplace far from here and do not return. Fare thee well. Follow me. Yeah, come on, Mr. Lightroom. I figured you weren't another Saravac. I think I figured wrong. Your belongings are on the table. Take what you can carry and head down to the trapdoor. Well done. Well done. Well done. Wait a minute. Are these all things? Well done. I think that's the only one. I think that's just mine. So. One more. Na ja, gut. Und die Dings halt noch. Alles klar. So. So, jo, das passt soweit. Aber schein die, die, ja. Genau, die Behälter kriege ich jetzt halt noch. Und halt die paar Questgegenstände. Okay, ab da unten. Bin euch weit voraus, Chef. Ja, sieht so aus, als hätte ich kaum eine andere Wahl. Ähm, ich bin euch bereit zu gehen. So, ich will erstmal gucken, ob hier irgendwas drin ist, was ich nutzen kann. Aber ich glaube, ich war hier ja schon mal unten, ne? Jo. Nur relativ einfaches Zeug. So, dann werden wir auch fast wieder geheilt. Ready to say farewell to Baldur's Gate? Ja. Follow me and stay close. We'll be traveling through tunnels beneath the city. Duke Belt wants you kept away from the public. Rightly so, I think. Go down the stairs and head west. The cavern comes up outside the city gates. Habtank. Before you go, there's something I would say to you. My brother was in the Dragonspear siege camp, wounded in the Crusades assault. He told me he would have died if you hadn't turned the tide of the attack. You saved the city from Saravok. You saved the soulcoast from the nine hells. I don't care what anyone says about you. You are a hero. And that's all there is to it. Farewell. Okay. Dann, äh, Abflug. Steht ganz oben auf meiner Liste. So, wir sollen ja eigentlich nach Westen. Aber hier ist noch ein Schleim. So, wir sollen XP sammeln. Oh. Du hast es so gewollt. Das stimmt, die konnten ja festhalten. So. Das ist schon mal ein Drittel von meiner Lebensenergie weg. Ich frage mich, ob das halt immer wieder jetzt erneuert wird. Und wie viel Roten das hält. Kann man das irgendwie sehen? Okay. Festgehalten. Ja, ich stehe aber leider nicht viel lange. Das ist halt die Frage, ob das sich halt jedes Mal wieder erneuert, wenn der angreift, ne? Wir lassen uns das einfach nochmal neu laden. Und wir machen das mit Fernkampfhafen. Ich meine, die plopsen ja keinen Akt. Und dann lassen wir die halt einfach gar nicht mal erst an uns herankommen. Dankeschön. So, speichern wir hier nochmal ab. Nehmen wir die Gitterpolzen. Lauf, 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 lauf. Nummer zwei. Du hast es so gewollt! Dankeschön. So. Das ist ja etwas nervig, aber zumindest erfolgreich. Ja, das war's aber tatsächlich. Im Fels versteckt, äh, achso, diese kleine Tür hat ein Schlüsselloch. Gut, da komme ich aber halt nicht dran. Wahrscheinlich mit einem Charakter, der halt, ähm, ja, der halt Liebesfähigkeiten hätte. In Ordnung. So, dann geht's hier nach draußen. Mich kümmert's nicht. Ja, ja, hier drüben. Du hast es geschafft. Oh, das ist großartig. Ich war... Ich war schaust, dass du nicht... Ich bin so entschuldigt. Herzogin Jana erzählte mir, was geschehen ist. Sie bot mir an, ein Boot zu schicken, falls ich weiter mit ihr üben möchte, aber... Ich... Nein, das kann ich euch nicht antun. Ich bin so entschuldigt. Ich hätte niemals dich zu Dragegonspear gehen lassen ohne mich. Hm. Ich habe euch auch vermisst, mehr als ihr ahnen könntet. Nun, jetzt sind wir wieder zusammen. So wird es auch bleiben. Ich werde euch nie wieder aus den Augen lassen. Kommt, je früher wir von ihr fort sind, desto besser. Okay, dann verlassen wir das mal für einige Zeit. Bin euch weit voraus, Chef. Na, muss ich mal noch ein bisschen umschauen. Ah. Rejoice, Boo! Unsere Freunde haben uns zurückgekommen. Unrecht getan, Beastmaker. Aber ihr seid nicht alleine. Lasst nicht Verzweiflung euer Herz regieren. Zumindest seid ihr wieder frei. Und wo Freiheit ist, ist auch Hoffnung. Seid gegrüßt, Freund. Lasst den Kopf nicht hängen wegen dem, was geschehen ist. Gorion glaubte an eure Güte. Und mit der Zeit werden das auch diejenigen, die euch anklagen. Dessen bin ich mir sicher. Können wir vielleicht darüber reden, woanders? Du weißt, weit weg von hier? Euch allen, dass ihr mir in Zeiten der Not beisteht. Der Rat der Vier mag nicht bereit sein, euch beizustehen. Aber ich werde es immer tun. Nun lasst uns etwas Abstand zwischen euch und Herzog Silberschild bringen in Ordnung. Vorwärts. Ich bin ziemlich sicher, dass der Flaming Fist nicht auf unserer Träule. Können wir einen Moment nehmen? Nur für einen Moment? Ich denke, wir können alle einen Rästchen nutzen. Okay. Hey, wir haben die Gruppe wieder. So. Hey. Du fühlst mich ein bisschen... ...off? Your eyes burn as a thin, acrid mist rises from the ground and envelops you. Your mind clouds. Shadowed figures strike and fade away. Your companions cry echo in your skull and the world around you fades to gray. Alles klar. So, und damit haben wir dann auch hier das, äh... ...das DLC, was deutlich länger war, als ich angenommen hatte, durchgespielt. Ähm, sehr cool. Ja, also, wie gesagt, es wurde ja schon mal, äh... ...oder irgendwo wurde schon geschrieben, dass es halt teilweise Spoiler für den zweiten Teil birgt. Ich bin mal gespannt. Äh, aber soweit ich mich da auf jeden Fall noch dran erinnern kann, ist es, glaube ich, wirklich so, dass man im zweiten Teil in irgendeinem Gefängnis startet. Und dann wird es wahrscheinlich das sein, ähm, was jetzt eben halt hier passiert ist. Und also, wo es uns dann jetzt hier hingebracht hat. Ähm, ansonsten, sehr schönes DLC. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. War teilweise auch etwas fordernder. Ähm, gerade mit den entsprechenden, äh, ja, entsprechenden Magierkämpfen. Aber nach ein paar Versuchen hat es dann eventuell doch noch irgendwie funktioniert. Von daher bin ich ja doch ganz froh. Und, ähm, hm... Ja, schön, dass es halt dann als kostenlose Version bei der Enhanced Edition mit dabei war. Wie gesagt, es waren jetzt doch etliche Spielstunden, die jetzt noch mit dazu kamen. Ähm, ja, mal gespannt, wie es im zweiten Teil aussieht. Äh, mittlerweile ist ja auch schon Teil 3 entschieden. Aber wir werden erstmal den zweiten Teil noch durchspielen, ähm, und dann machen wir uns an den dritten. Und von daher, ja, passt es auch gerade von der Folge, wenn ich mir das mal so anschauen kann. Ja, dann, äh, hat es ja gelohnt, dann nochmal, ähm, ähm, einen, äh, Schnitt zu machen am Ende. Ja, und ich denke, jetzt sollte wirklich das Spiel zu Ende sein. Ähm, diese Höhlen-Sachen würde ich halt lassen. Also, von wegen, äh, wie gesagt, das sind wohl scheinbar nur Arena-Kämpfe. Und, äh, die mag ich eh nicht so gerne. Von daher glaube ich nicht, dass es noch großartig viel zur Story beitragen wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Let's Play. Auch wenn es halt ab und zu mal etwas holprig von meiner Seite war, was die Kämpfe anging. Aber ja, mal gucken, wie wir es im nächsten Teil uns anstellen, wo es dahin führen wird, wo uns der Weg führen wird. Und was uns alles erwarten mag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut. Dankeschön. Und ciao, ciao. Euer Peacemaker. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. 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 Ich hoffe, ihr hattet Spaß.